ja herzlich willkommen leute zu einem neuen tournament tag ja gestern haben wir vier zu eins gespielt ich hoffe heute gehen wir mit 15 0 durch wobei ich das nicht glaube wenn ich jetzt schon solche gegner sehe hier dann wird es nicht ganz so einfach dennoch werde ich konstant egal was für gegner jetzt kommen ich werde mit blau durch marschieren weil ja wie ihr sehen könnt blau ist meine stärkste farbe ja lasst uns direkt durch starten würde ich sagen so wir haben auch direkt unter candy blaue steine aber leider nicht nicht genug solange wir den papagei nicht auslösen ist alles in ordnung denn der ist immer das problem an der ganzen geschichte jetzt haben wir nichts mehr blau das gefällt mir schon mal gar nicht ach ja alter das kann ja was werden wieder mal jetzt löst er gleich natürlich aus grün haben wir und blau bekommen wir nicht zusammen ja ich werde hier auf jeden fall jetzt nur zur sicherheit nur zur sicherheit schon mal auslösen den lieben günther so der papagei löst jetzt aus ich kann jetzt mit ihm hier nicht warten ich hoffe suzri wird jetzt nicht ausgelöst sehr gut ich hatte keine kombo guckt euch das an alter hätte ich nicht gehealt er wäre schon vorbei gewesen jetzt übel man na na komm schon oh ja hat gesagt ey ei 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 junge ey da das wäre fast ein vibe gewesen alter schwede ja leute auch das hier kann was werden alter aber auch noch alle grünen dann in der mitte aber i don't care würde ich mal sagen i don't care so hier haben wir schon mal blau unter ulma jetzt dürfen wir auch so ich in diesen neuling von season five rein spielen jetzt muss ich irgendwie noch einen blauen stein da hoch bekommen und dann wäre alles schon gut kann ich fast sagen okay jetzt kann ich nicht mehr warten ich kann nicht mehr warten alter oh man ey nein wir wollen keine kombo haben das wird eine katastrophe das ist auch das das ist ein vibe ja keine chance keine chance das ist gelaufen acht leben grievel wird nicht überleben da steht schon mal fest immerhin tja da kann ich auch nicht weiter was zu sagen das muss ich so hinnehmen okay nächstes match ähm ja wir haben hier eine reelle chance auch wenn hier zwei grüne stehen das juckt mich eigentlich nicht die Bohne so lass mir mal lila verschwinden okay dann haben wir hier eine schöne kombo ach alter die war jetzt schon wieder zu groß okay der erste schon tot super gramps kann kein wiederbeleben okay doch sie stirbt alles klar schon wieder eine kombo okay okay so jetzt müssen wir ja was müssen wir wir werden die linke seite zuerst machen so direkt in die nächste runde rein ein blauer stein zu wenig aber noch ist das kein beinbruch noch nicht wenn ich jetzt nicht wieder blau hoch bekomme dann dann wird das zum beinbruch mal gucken ob sie wiederbelebt wird nein auch diese runde nicht es sind nur die bienen die mir jetzt schaden machen können und Autoattacks tja die Frage ist nun reicht das ne wir haben Attack Up für Gramps hat schon mal nicht gereicht meine Güte ey das sieht trotzdem nicht gut aus also die bienen können mich hier noch killen auf jeden Fall das steht schon mal fest außer ich bekomme hier tatsächlich grün jetzt mal langsam zusammen ansonsten sieht das echt mau aus also wirklich mau ich kann mir hier noch mal grün vorbereiten äh alter wenn er den jetzt wiederbelebt ey bitte nicht okay ja mein Hühnchen ist tot auf jeden Fall ey das ach man ey vielleicht kommt blau hoch ja blau ist hoch gekommen stopp ja wir haben keine Steine unter ihm also werde ich Nordry auch nicht auslösen macht keinen Sinn es kann sein dass er die jetzt wiederbelebt wer weiß okay hat er nicht ich muss hier heilen okay warte mal wie mache ich das am dümmsten so dann kann ich hier grün ghosten dann habe ich blau wieder zusammen alter man Junge leg dich jetzt mal hin da ich kriege den nicht tot ich werde das nicht schaffen ich werde das nicht schaffen den zu töten ey das schaffe ich nicht die Bienen killen mich einfach guckt euch das an Leute und ich lache nicht weil mich das übersascht sondern ich weiß das auch ich ich wusste es vorher schon dass das hart wird also allgemein drei Sterne für mich allgemein okay grün kriege ich nicht zusammen keine Chance ich könnte blau und gelb verschwinden lassen aber ja das bringt mir genauso wenig ja Nordsee hat sich verabschiedet das war es das war es Leute mehr kriege ich hier nicht mehr tot höchstens dass er jetzt plötzlich alle wiederbelebt ja natürlich natürlich muss er die jetzt wiederbeleben was denn sonst ach man ey immerhin hat er den direkt wieder zurückgeschickt ja das war es ich gehe hier raus das war es so Leute guckt euch das genau an das ist höchstwahrscheinlich mein letzter Gegner ähm ja wenn ich Glück habe bekomme ich vielleicht drei Wappen dann am Ende der Woche wenn ich Glück habe bin ich aber auch nicht traurig drüber denn äh wenn ihr euch mein Video angeguckt habe mein Beschwörungsvideo dann wisst ihr äh ja fuck off I don't care na das will ich mal kurz einfach mal so auf gut Deutsch sagen hehe da ist mir das Turnier relativ egal es war blöd gleich direkt am Anfang raus zu fliegen das kann ich eigentlich gar nicht leiden aber ähm ich weiß sowieso dass ich sehr sehr schwach bin für diese Turniere aber das hatte ich ja schon alles erwähnt so okay Attack ab alles gezoffen nehmen wir was hast du auch noch mit yo wow wir dürfen noch ein Match machen so Leute unser letztes Match vielleicht gewinnen wir das ja auch noch wenn nicht dann ist das auch so da mache ich mir jetzt nicht weiter den Kopf drum so wir haben schon mal unsere Spezies voll das heißt die linke Seite mit zwei Helian wird auf jeden Fall sterben okay so lassen wir mal Grün verschwinden nette Kombo jetzt ist es wieder der liebe Grams wow wow der wird es wirklich wissen Alter der will mir heute wirklich auf den Senkel gehen also Sudri wird sich jetzt wieder hinlegen mein Gott ey dass er mir so auf den Senkel gehen kann heftig man ja gut wir haben den Turniertag tatsächlich nochmal überstanden Leute aber das wird spätestens morgen zu Ende sein das Turnier das kann sich auch jeder denken ähm ja ansonsten ich hoffe bei euch läuft es besser vergesst nicht zu liken und subscriben danke fürs zuschauen und bis morgen Leute das ich eins sightstet Vielen Dank.